Nein, lasst mich im Skye I almost died Nein, nein Lala, Alter Was ist denn mit den Leuten kaputt, Alter? Keine Ahnung Haben Menschen wohl wieder bisschen lustig gefrühstet hier Wie hat der gemacht? Der war witzig Wieder ganz neue Gesichter, Alter Wie viel sind denn da immer drauf? Ah, Jink ist eh nicht, wir haben nicht Firstpick FF00 Level 50 Gut da Level 55 Oh XXHole mit 3L Taker XX Muss grad noch picken Ich würd gerne Jink picken Jink Swap Ne, wir sind nicht Jink Ah, es ist viel zu früh die zu nehmen Scheiß auf Ich würd nochmal gewinnen Ich wusste keine Ahnung, wen ich sonst nehmen soll Ich hätt Schalin hätt ich nehmen können Äh, XXSoul mit 3L Taker XX Level 56 Also 50, 55, 56 Irgendwie sowas 84 und 116 Hm? Ja 84 und 116 Ganz kurios Alter Die haben aber alle so viele Matches Alter, warte, wie viele Matches hab ich in Season 1 gemacht? Oder ist das gar nicht so abwegig? Wie viele Spiele So, ich hab jetzt im Rank gemacht 42 Matches Und selbst der Soul Taker Hat schon 158 Matches Am erfolgreichsten war er mit Ying, Thorwald, Beric und Drogos Was? Ach, ich bin wieder einer Ne, I mean really I won't go very low Was? Da schreien die alle rum Oh, Double Oh, Double Tank Und Ying, Alter Da bin ich immer als Grop echt mit mir am Ringen Ob ich Court Wrestle oder Wrecker nehme Da bin ich echt mit mir am Ringen So, Soul Taker Am erfolgreichsten bist du Von denen, die noch frei sind Mit Deinem Seine besten Champions sind Ying, Thorwald, Beric, Drogos Seine besten Champions Ying ist weg im Gegnerteam Thorwald ist im Gegnerteam Beric ist im Gegnerteam Er könnte mit dem Drogos tauschen Ich glaub der Drogos Das scheint selber ein ganz guter Drogos zu sein Ah, geht, spielt der jetzt auch nix? Blank, ernsthaft? Okay, von mir aus Ich spiele komplett C-Load out Ich spiele komplett C-Load out Ja, ich spiele trotzdem komplett C-Load out Da bleibt nichts anderes wirklich Ja, der FF-00 ist ganz okay mit Drogos In den letzten sieben Tage zwei Spiele und beide gewonnen Davon war eins vor 19 Minuten und das andere keine Ahnung Ähm, der Soul-Taker und der FF-00 sind auch in einer Gruppe Die waren auch zusammen Die waren auch zusammen In den letzten beiden Spiele hat der Soul-Taker eigentlich mit Beric gespielt Also eigentlich kann er ja angeblich Da haben wir jetzt Na gut, ein Flank für Kinesa wäre das doch ganz gut gewesen, ne? Ah ja, ist jetzt so Ist jetzt so So, jetzt muss ich die Healing-Karte nehmen Und mein Healing-Load out Ganz wichtig dran denken S-Kasko Ist nicht aus, dass ich auf Milch schon klicken Aber wobei, kann ich hier noch ändern Ich glaube, wenn wir das gewinnen, müsste es sogar relativ viele Ranking-Punkte geben Äh, Totemic, ja Äh, welches war das bessere hier? Load out Das hier Ja, das hört schon mal gut an Na, kommen denn die Side-Ware, zwei Wrecker Haben wir ja schon Okay Was ernsthaft? Okay Na ja, machen wir es andersrum Warte, aber spielt Beric Bari Kader? Da spielt noch gar nichts Vielleicht stellt er einen Disconnect Er hat noch keine Legendary ausgewählt Du wolltest ja gerade auch keine Legendary ausgewählt Als du den Disconnect hattest Wow, der spielt auf Auf Blunder Buster Das ist auch die krasseste meiner Meinung nach Blunder Buster Krass, die genervte Äh, die gepuffte Zwei von links, zwei von links, zwei von links Ja, komm her Ja Ja, lauf wieder aus meinem Totem raus, Kollege Bartwurst Aua Aua Echte Seite ist sauber Wow, die haben mich zerfetzt mit Cassie, äh, Genessa Okay Bin hier ein bisschen abgeschnitten mit Makowa Versuch wieder reinzukommen Okay, wo bist du Makowa? Da bist du Aber wir haben Driveback, Alter Der musste auch umfallen können Oh, hinter euch, hinter euch, hinter euch Okay, Buck, haut aber wieder ab Alter, wir kommen nicht on point Wir kommen nicht on point Wo ist denn unser Damage? Ich war da oben, low, okay Ich war da oben, low, okay Ich rufe doch kein Torwald Okay, doch, wenn er stirbt schon Oh fuck, eine Sekunde zu lang geschossen Oh, warte, warte, oh, oh, oh Kräft dir Oh, noch eine Sekunde Oh fuck Alter Sterb ich auch noch Fuck Träfst Kinessa, ey, ohne witz Ähm, ich hatte Toosh, ooooh, sehr geil für Makowa Stirbt zwar, aber Hat einen ins Wasser gehobt Okay, Kinessa, äh, Tyrobons Ultium Kinessa zu killen Oh Warum huckt der immer den Torwald? Ist doch eigentlich dumm, den Torwald zu hucken, oder? Du willst ihn doch eigentlich... Na, schade, ich bin weg So, Shopee, ähh... Schönen einen mitgenommen Hast du gut gemacht Aber ganz alleine, ich bin gleich bei dir, ich bin gleich bei dir Alter Vater Alter, was macht die Knister denn da oben, ey? Boah, der Dreckspack, ne? Hinter dir, hinter dir! Treff ihn nicht, er ist ein Hurenz. Barry knüpft auf dem Playload rum. Kinesa jagen. Kinesa erst mal ein Stück weg. Ach ja, das läuft doch nicht so. Ein Ulti-Hammer, ja gut, immerhin die Beste. Ein Torwald mit Kronos, zwei schon? Sieht auch ganz gut. Ja. Ich brauch auf jeden Fall... So schneller will ich dein Schild raushauen und so. Ja, vor allem das Entwaffnen ist wahrscheinlich wichtig, ne? Ja. Das ist bei dem alten Sack ziemlich wichtig. Ich hab echt keine Ahnung, wie ich mit euch in die Mitte gehen soll. Oder wenn Drogos und Tyror da irgendwie seitlich flanken. Das sind eigentlich schon... Ah, instant entwaffnet. Oh, oh, Kinesa-Ulti. Oh, der ist so low. Oh, schön. Ich kann auch eine Kinesa jagen. Schön. Wo, wo, wo? Ah, ich hab da keinen Heal ready. 3, 2, 1, kommt. Oh, die sind direkt Kinesa, Alter. Die f*** sie nicht wehr, ne? Naja. Entschuldigung. Kein Problem. Oh, Makowa super low. Nein, Kinesa, Alter. Ich hätte sie aufgenommen. Aber... Na gut, Alter. Ich gucke leider nie der Tyra zu, wo die immer stirbt. Die ist meiner Meinung nach auch fast immer tot. Aber du bist ja ganz alleine und Spot kannst du irgendwie verschwinden. Ne, ne? Nein, ich hatte Beric fast, Alter. Oh, oh, oh. Diese Kinesa. Das macht mir am meisten schade. Tyra, wieso? Was macht Tyra da? Ah, der Punkt ist sowas von weg. Diese Kinesa nicht mehr, ne? Ohne Witz. Was macht Drovers denn da, Alter? Was machst du da, Alter? Verkackt komplett. Hinter dir, hinter dir. Oh, oh. Alter. Oh, meine Fresse. Ich habe auch das Gefühl, dass ich gerade nichts machen kann, ne? Ich werde jetzt sterben. Aufgrund eines Torwaldes, der mich ganz locker doch nicht erfolgt. Torwald hat gerade keine Ulti, ne? Kannst da ruhig stehen. Komm, ne. Barrelkammer. Ist ja schön. Wir holen uns den Bug. Bug ist irgendwo in unserer Base. Ne, oben, oben im Fenster ist der. Nessa auch. Schön. Tyra, Tyra, komm her, Tyra, 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 Tyra. Ach. Kämpf gegen die Jingen. Und verliert. Tut zu westerstunden. Beric hier beim payload. Chyra, äh, Knesa da oben. Hab ich, 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 hab ich. Ja, hab ich. Wir sind zu spät. schicken back hinter mir sagt denn keiner sterben jetzt noch mal alle jetzt keine illusion treffen trifft illusion jetzt ist voll gestorben noch besser alles klar mein recht funktioniert auch nicht mehr die sie mit alle ultis aber raus ist wieder 3 1 für die oder nicht 3 1 steht 3 1 all point ja wenn man interessant aber tyra und joggers laufen immer links rum ein kill kinesa viel erfolgt wird ihn mal sehen alter dass du von die ganzen anderen runden machen kannst du idiot ein wrecker von drogas auch mal noch gar nicht ausgebaut er ist einfach die heftigste wrecker maschine er läuft noch mit wrecker 1 rum und ich der lieber chronos 2 hätte abc 3 um alle wie lange das scheiß schild von berwick da steht doch kacke ah jetzt sterbe ich sterbe nicht ähm very good papadio alter dieser bouncer ja komm drogas kester liegt immer noch aha nee break on point break down ach der dreht aber einfach hey warum overtime ach fucking ying alter wenn der jetzt auch nochmal hier reinspringt ja tut er nicht halt ab da war doch gar nicht hier drin mein gott den verfolgen wir den holen wir uns bei mir hat er verkackt scheinlich wie es bei euch war mal der droger mokowa was machst du denn da bleib doch mal stehen oh man diese hässige fatze von berwick alter alter ah ich hasse es ohne witz alter pf 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 hinter dir, ach ne hinter Drogos, alter Bouncing Bug ist zu krank, den haben wir doch jetzt oder? Hier lebt immer noch, hier weiter vorne ist das Totem, oh oh, oh diese Kinesa man, ohne Witz, ja du bist halt so unmobil, ja aber, die nervt mich so hart, ohne Witz, und Drogos hat auch nix, ich wollte sie auch angeblich killen. Ja Drogos ist komplett Quatsch. Ja Overtime, wer ist denn dran, ach du bist dran? Die 4 Ultis, wenn du noch ein bisschen überlebst, kommt... Ich bin tot. Hahahaha Power, wenn du stehen bleiben würdest? Na ist doch egal. Jetzt kann ich hier aber auch mal äh... Ne, wo Filmfabrik an 3 jetzt? Hey... Ich wollte grad mal den Mod so betrachten. Hm, oh... Ja der hat mal ganz geschmeidig 900 Punkte in Blast Schild verschwendet und hat immer noch Wrecker 1, ne? Und er will irgendwer wird erzählen. Naja, ok, mach Power. Achso, der wollte Ulti anmachen. Drogos killt wieder keinen. Keiner Ulti. Heftigster Drogos EU-West. Ja, er läuft auch immer weiter von mir weg. Überlebt noch ein paar Sekunden. Ja gut, zumindest kann der Bug nix machen. Ist Kinesa mal tot? Ne, ne? Bestimmt nicht. Ja, Kinesa ist tot. Ja, ich steh drin. Boah, Junge. Alter, ey. Alter, da killt er mal die... Die Gegend da... Mann, Leute, hier läuft er mit einem AP durch den Spot. Man, ich muss ne fucking Rifle nachladen. Jetzt verlieren wir den Punkt und es ist vorbei. Och, ne, Leute. Keine Ulti mehr. Schade. Flaschen mal abrufen. Ne. Oh, das war nicht so clever, wie du da reingelaufen bist. Oh, er hat mal einen gekillt. Boah, stark. Ja, einfach mal... Schon wieder nachladen. Die scheiß Waffe, ey. Ah, unser Punkt. Boah. Ah, Lose. Tschau. Ich hab jetzt echt nicht gerade... Ich hab jetzt echt nicht gerade... ... die Nester. ... die Nester gekillt, oder? Wir sind nicht, das hab ich jetzt nicht direkt gesehen. Ich muss ja mal Kowa jetzt schon wieder... ... 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 Wo sind die anderen beiden Fritten? Die sind schon wieder gestorben. Oh was eine Schlacht hier ist. Wo ist denn jetzt schon wieder Tyra gestorben ey. Waa 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 was? Eine Ulti und der trifft nicht in Illusionen. Ein bisschen mehr und Kinesa wäre schon schön. Ich hatte noch glaube ich schon lange kein Spiel mehr so lange ist, dass man drei Karten auf max hat. Allgemein jeder vier Karten hat und die fast voll sind alle ey. Da war richtig lustig bei uns, wie eigentlich alle erst die Damage Karten hatten und dann die ähm äh die Life Karten als letztes. Astar Riding 3 Makowa irre. Geh das ist gar nicht mal so kluge. Ja sauber Alter, die beiden Damage stehe er instant tot. Gut. 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 Ging, mal nur live. Irgendwer muss doch mal sterben. Alter die Jemen weg. Torwals links im Gang. er hat einen getroffen mitte bedenke ich hatte ein volles loadout und spiel mal gespannt was schwitzend damit hatte ich glaube der war nämlich echt vernünftig dafür dass ich absolut gehielt habe ich bin zwar nicht mal ansatzweise an die ziel herangekommen da ist es immer schön genommen da mein deal man hört ihn dafür ist er gar nicht mal so schlecht also die ulti hielt schon ganz gut wenn man erst das tote macht und dann die ulti halten mich selber ein bisschen durchs tote und drumherum ich habe mehr als die fatten gegen geheilt warm leute dass ich das hier richtig geiles match gehabt hier und ich glaube dass wir nicht sogar youtube hat 189.000 grog healing einfach mal so heftig schnell und 50.000 so jetzt noch mal ein bisschen toxik in den chat schreiben alter 47 ist aber auch brutal zwilver street noch trotzdem okay ich hatte den zweit wenigsten schaden hinter soul taker aber ich war gefühlt richtig krass unterwegs alter schwede guck dir mal den damage von dem bergade drüben an heftig schnell also blunderboss gepatcht ist so heftig das geile ist am hier grog wird nichts verändert also hier kann man echt geil auf viel zocken wenn man weiß wie dazu kommt auch noch dass die eine legende 20 prozent mehr heilt 20 20 prozent das mit dem tote ja ja die hatte ich ja ja aber momentan heilt die keine 20 prozent da steht das nur dran das steht dann nicht schon ich meine das haben sie schon geschrieben oder das kann sein doch also die hatten also was mein letzter stand ist es heilt 20 prozent mehr steht nur nicht dran das ist mein stand der dinge oder so kann auch sein auf jeden fall wird es im nächsten patch gefext aber leute ich habe am meisten objective time aus unserem team gehabt hm ihr quatsch hat 411 ich hab da gerade was anderes gelesen 411 ist ekelhaft viel ey 301 ist auch nicht schlecht für den healer und janik alter kann ich mitspielen ich stream jetzt seit fast sieben stunden ich geh jetzt pennen es tut mir echt leid wir können heute nachmittag heute abend gern wieder zocken ich werde mich ein paar stunden aufs ohr hauen so bis 3-4 uhr wahrscheinlich dann geht der stream weiter ich glaube ich werde länger pennen als 3-4 uhr kannst du ja gar nicht kannst du gerne machen aber 5-6 stunden werden jetzt schon echt edel dann ist gleich 8 uhr 19 11 12 1 2 3 ja sieben stunden bis 3 uhr werde ich wohl pennen es tut mir echt leid dass du so spät bist ich habe um kurz nach 12 angefangen hier zum geburtstag und äh ja was ich hatte ja gar nicht die meisten eliminierungen sehe ich gerade aus unserem team zwar schon aber das gegner team war ja noch heftiger unterwegs ja der bug war ganz gut ich bin weniger gestorben als der bug ich hab den eigentlich nie sterben sehen guckt ihm unsere credits an du 480 4 4 gegner team 4 6 mit beric und 4 1 mit torwald credits richtig geil spiel 4 4 mit kawaii das wird glaube ich auf dem zutlanden alter kannst du gerne nur noch mal ansehen aus meiner sicht ja leider soll hat das auf jeden fall oder so dass mir das geld im märchen gibt es auf jeden fall zumindest von den scores noch mal ein screenshot weil ich da gesehen habe ich bei best in class da stehen sie bei healing alter da dachte ich auch was kaputt hier ja ich hätte echt gedacht dass sie über 200 karten oder so bei dem der mensch was sie alles gefressen haben ja aber bei 142.000 ist jetzt nicht schlecht ja die hat halt relativ viel shatter benutzt ne muss man ja ganz oft ganz klar sagen ne die hat viel geschattert deswegen hat die auch so ein hab ich nix von gemerkt ja deswegen hat die auch so viel damage weil normalerweise ohne shatter kommt die an meinen damage nicht ran und stell dir mal vor ich hatte Wrecker genommen weil ich hatte nur Cawthrise unterwegs oder die hatte die Wrecker ich glaube die hatte Wrecker ah ist ja auch egal noch kurz auf die Ratingpunkte gucken ich glaube das viel ich habe leider keine ahnung ich kann aber mir gucken weil ich schreibe die punkte bei ruckus auf ich hab das euch normalerweise kurz vor dir mit dem war ich habe das gefühl es waren nicht viele bei mir das match also bei mir waren das oder bei mir waren das 62 punkte das ist ein witz für so ein mädchen das geht eigentlich noch finde ich das heftigste war